Wird schon, oder? Ja, du, eben so weit wie er kann. Er ist leer, fertig. Du musst auf den Clio-Pan noch wegen den Betonen. Du fährst darüber rein. Du kannst ja ausleeren. Ja, er kann auf den Zug fahren. Wenn er erst Clio-Pan ist im Messerfahrt, dann können wir hoch ein. Alles klar. Aus dem Messerweg. Lach ein bisschen runter! Gut! Perfekt! Super! Super! Warte! Den Graberstand runternehmen! Ja, runterlassen! Noch ein bisschen ausstossen! Gut, runterlassen! Halt! Ja, reicht! 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 Kann ich nachher lecken noch hinten, oder? Geh's mir doch hier! Ja, musst du noch einbauen! Kannst du aber so ein? Geh doch du schnell runter! Dann kannst du den Lieferschein... Ja! 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 Ja!